Mein Name ist Thorsten Tormehlen und ich bin mit meiner Kollegin Nadine Lange hier heute auf der Messe, weil wir unser Produkt Wohlfühlanalyse vorstellen möchten. Das ist leider noch nicht allzu weit verbreitet, ist aber ein ganz wesentlicher Punkt in der Mitarbeiterbindung, jetzt und für die Zukunft. Es geht darum, dass es nachweislich Studien gibt bzw. Studien, die nachweisen, dass 25 Prozent aller Mitarbeiter innerlich bereits gekündigt haben, 33 Prozent aller Mitarbeiter sind unzufrieden mit ihrem Job und wir können mit unseren Instrumenten ermitteln, wer das ist, woran das liegt und was man dagegen tun kann. Mehrwert ist immer so eine Frage. Zunächst mal muss man feststellen, wir sind aus der Praxis für die Praxis. Das, was wir machen, ist nicht bloße Theorie, sondern wir bringen erhebliche Praxiserfahrung mit, langjährige Führungserfahrung. Führung ist ja ein ganz wichtiges Thema dabei. Unsere Untersuchungen sind wissenschaftlich basiert, sodass alleine daraus schon erheblicher Mehrwert generiert werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020